Immer weniger Paare heiraten. Keine Überraschung. Für das gemeinsame Glück, Kind und ein Haus braucht es schon lange kein Trauschein mehr. Heikel wird es aber bei einem Todesfall. Wenn die Partnerin oder der Partner verstirbt, dann sind Konkubinatspaare leider immer noch schlechter abgesichert. Darum kann es Sinn machen, zumindest einen Teil der Pensionskasse als Kapital zu beziehen. Immer mehr Pensionskassen senden hinterlassenen Rente für den Konkubinatspartner vor. Darum ist es ganz wichtig, dass Ihre Konkubinatspartnerin Konkubinatspartner bei der Pensionskasse registrieren. Wir sehen immer wieder Nachlassfälle, die sehr kompliziert sind. Auch die Steuern darf man nicht unterschätzen, weil die meisten Kantone senden Steuerfolgen vor bei Erbschaften und der Konkubinatspartner. Wenn Ihre Pensionskasse keine hinterlassenen Rente vorgesieht, dann ist es wichtig, dass Sie sich frühzeitig Gedanken machen über einen allfälligen Kapitalbezug aus der Pensionskasse. Welche Bezugsform sinnvoll ist, hängt sehr stark von Ihren persönlichen Bedürfnissen und Ihrer Erlebenssituation ab. Sehr gerne unterstützen wir Sie beim Erreichen von Ihren persönlichen Zielsetzungen und beraten Sie zu der richtigen Bezugsform von Ihrem Pensionskassenkapital. Weiter zeigen wir Ihnen sehr gerne auch auf, wie Sie Ihre Konkubinatspartnerin, Ihre Konkubinatspartner mit optimalen Nachlassregelungen besser begünstigen können. Vereinbaren Sie doch gerne einen Termin im VZ, den Link finden Sie im Videobeschreib. Oder abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und bleiben so stets informiert.